Unser Warenkorb bietet dir so viel mehr als ein herkömmlicher Warenkorb. In dem folgenden Video zeigen wir dir, wie du ein Angebot einholen, Favoriten abspeichern und aus den verschiedenen Lieferbedingungen wählen kannst. Du hast einen hohen Materialbedarf? Dann fordere dir in deinem Warenkorb dein individuelles Angebot an. Dieses wird exklusiv für dich erstellt und per Mail zugesandt. Um dir das lästige Suchen nach deinem regelmäßigen Bedarf zu ersparen, kannst du dir außerdem unter dem Punkt merken verschiedene Favoritenlisten abspeichern. In unserem Beispiel nenne ich unsere Liste Musterwarenkorb. Wir haben dir als deine Lieferadresse automatisch deine Lageradresse sowie alle Baustellenadressen hinterlegt. Falls du allerdings noch weitere Lieferadressen benötigst, kannst du diese über das Plus ganz einfach ergänzen und der Lieferung steht nichts mehr im Weg. Du möchtest deine Ware selbst abholen? Kein Problem. Hierbei musst du nur bitte folgendes beachten. Sobald du unter dem Punkt Lieferbedingungen deinen gewünschten Standort ausgewählt hast, erscheint unter dem einzelnen Artikel ein Hinweis, ob die Ware dort verfügbar ist bzw. du sie bestellen oder an einem anderen Standort abholen musst. An unserem Standort fließen wäre dieser Artikel nicht abholbereit, es wird Bestellware angezeigt. An unserem Dachstandort kann der Klempfels jederzeit abgeholt werden. Bei Anlieferung kannst du im Feld Bestellhinweise Anmerkungen für unsere Fahrer hinterlegen, wie zum Beispiel die Bitte um eine telefonische Avisierung 30 Minuten vor Ankunft der Ware.